Das Baby war ne gute Wahl, Babys schmecken super. Die sind, die sind das Kalbfleisch des Menschen. Eigentlich meinte ich aber die Decke. Sag mal, hast du diese E-Mail an die ganze Abteilung geschickt? Ähm, echt komisch, die ist von deinem Computer. Hier steht, ich hab einfach nicht das Zeug zum Dämon. Ich bin schwach und nicht stark wie Troy. Troy sollte seine Hörner wiederkriegen. Der blöde Satan hat wirklich Scheiße gebaut. Satan ist ein elender Versager, fast so wie Eddie, der ich bin und ich bin sehr schwach. Warum, warum sollte ich das schreiben? Ich meine, ich verehre dich, Satan. Wer immer das geschrieben hat, der hat Mumm. Er ist hinterhältig und hat keine Angst davor, seine Meinung zu sagen. Ah, eigentlich war ich das doch. Oh nein, weißt du, wer das war? Troy. Troy hat sich in dein Konto gehackt, um dich schlecht zu machen, weil er es drauf hat, Eddie. Und du musst noch einiges lernen. Hast du ihm die Trophäe in den Arsch geschoben? Oh nein, wir haben vereinbart, dass wir das um vier machen, weil Troy da besser Zeit hat. Er hat das nicht zu entscheiden, sondern du. Und jetzt schieb ihm diese Trophäe in den Arsch. Verstanden? Ja, ich... Verfiss dich. Ich schieb sie ihm in den Arsch. Jetzt geh schon. Bitte tu es nicht, Eddie, bitte. Ich flehe dich an, ich flehe dich an. Du musst das nicht tun, Alter. Das tut so weh. Ich halte das nicht aus. Ich bin schwach, nicht so stark wie du. Ich bin schwach. Mein Körper ist doch nicht für sowas gebaut, bitte. Ich flehe dich an, bitte. Verschon mich, bitte. Eddie, bitte. Also gut. Also gut, ich werde es nicht tun. Siehst du, Satan, Eddie hat nicht das Zeug zum Dämon. Da kann man nichts machen. Ich will Dämon sein. Ich stehe bloß nicht auf Anahe. Oder da musst du das als Dämon, Eddie. Tja, ich stehe voll auf Anahe. Heurek. Ein Dämon, der nicht tut, was ich sage, und einer, der nicht das Zeug dazu hat. Ich glaube, uns bleibt nur noch eine Möglichkeit. Gentlemen, seht her. Die Wand der Verdammten. Hab sie gemietet. Wir haben sie bloß ein paar Stunden. Also hört zu. Troy, Eddie. Ihr werdet versuchen, die Wand hochzuklettern. Und zwar nur mit Hilfe von Troys alten Hörnern. Also der, der am schnellsten die Glocke erreicht, der gewinnt die Hörner. Troy, du zuerst. Okay. Und es geht los. Du fällst runter. Versager. Du verkackst krass. Schießen wir auf ihn. Ben, verteil die Gewehre. Jeder Dämon bekommt ein Gewehr. Der Troy runterschießt, der kriegt eine Flasche Wasser. Hey, was zum... Kommt schon! Kannst du das überbieten? Verdammter Wichser. Oh, hey! Das waren zwei Sekunden. Neuer Rekord. Das zählt doch nicht, oder? Ich gratuliere. Willkommen in der Bruderschaft der Dämonen. Ja! Ich bin ein Dämon! Jetzt! Und für immer! Nie wieder! Ist das klar? Wehe, ihr malt mich nochmal mit diesem roten Scheiß an. Nie wieder! Naja, jeder muss das machen. Also Henry, Matt... Ich bin jetzt eine gefolterte Seele. Und ich bleib auch eine. Bis zum Ende der Staffel. Ich mal mich nämlich nicht mehr mit der Scheiße an. Dave, können wir das Rot jetzt nicht digital generieren? Digital? Genau. Müssen wir nicht so lange... Shane, ich find deine Arbeit toll, aber dann werden wir schneller. Und diese Hose, die ist aus Felder. Sie ist heiß ohne Ende. Lass uns die auch digital generieren. Wir müssen noch zwei Wochen drehen. Das war's. Nur noch zwei Wochen. Da musst du durch. Ich kann's nicht umschreiben. Na gut. Okay. Okay. Ehrlich? Ja. Okay, danke. Ich danke. Danke. Das glaube ich dir. Okay. Ich danke- Bis zum nächsten Mal.